UUUUUUUUUUUUUU Flati Klops & More Moin Moin ich bin´s euer Flati Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir Es wird mal wieder Zeit für eine Folge Mein-Essen-Form Und für dieses Video habe ich mir überlegt, Samjan-Buldak-Nudeln ungekocht zu verspeisen Also ich hole diesen Nudelklotz aus dieser Verpackung raus, packe dann noch die Soße oben drüber oder wird es so gegessen? Und das mache ich jetzt So, erstmal wird die Tüte geöffnet Oh, Tüte geht langsam auf Och nö, der zerröckelt ja schon Jetzt fallen mir auch noch Nudelstücke runter Aber immerhin, dieser Klotz hier ist übergeblieben Und ein paar Nudelstücke sind noch weiter auf den Boden gefallen Aber das soll mich jetzt nicht weiter stören Ich packe das jetzt so hinauf auf den Teller Hole hier die Soßen raus Die 3x Spicy Soße ist das übrigens Ich habe hier auf dem Pult übrigens noch eine 2x Spicy Soße Die kann ich ja bei Bedarf auch noch drauf tun So, erstmal So, das packen wir so rauf So, jetzt lecke ich mal kurz die Soße ab aus der Verpackung Boah, damit man kurz die Schärfe Man muss kurz was trinken Aber ich packe noch ein bisschen Flocken auf So Okay, das wird jetzt ein kulinarisches Erlebnis werden Boah Boah, die Schärfe hat mich gerade gekillt Boah So Bisschen Soße ist es auch noch auf dem Teller durchgetropft Und jetzt Genieße ich mein kulinarisches Mahl Boah Bisschen Brennen tut das, aber Nicht so wie gerade eben, als ich die Soße so aufgeleckt habe Boah, das brennt voll Boah Boah Jetzt kommt das langsam durch Boah Boah, diese Schärfe Und dieser bittere Nachgeschmack hinterher Boah Boah Noch kurz nachspülen Na gut, neutralisieren tut Die Bilumetsomix nicht wirklich Aber ich habe vorgesorgt Ich habe hier noch diesen Kürbisapfelmus Von Bia Chanka Von der auch noch diese Samyanpackung Noch existiert Oder existiert hat Die ich jetzt gerade verspeise Vielen Dank nochmal dafür Und diesen Kürbisapfelmus Werde ich jetzt so zur Neutralisation trinken Aber ich kann doch nicht mal richtig sprechen Durch die Schärfe Oh ja Das neutralisiert schon deutlich besser Boah 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 ... ... ... ... ... Wow. Alter, das brennt gerade meine Lippen auch noch so richtig ab. Boah. So. Boah. Ich kann nicht mehr. Ich bin eigentlich einer, der nie scharf isst. Das haut mich jetzt erstmal richtig um. Ich glaube, das werde ich nachher, nachdem ich das Video beendet habe, noch gemütlich aufessen. Sehr langsam und gemütlich wohlgemerkt. So, an dieser Stelle werde ich jetzt auch das Video beenden. Boah, ich habe so viel Speichelfluss. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch.